Naja, ich denke, heute hatten wir vorher einen guten Plan. Ich denke, dass wir auch voll vertraut reingegangen sind. Wir wussten, was die machen würden und wir haben uns da gut auf eingestellt. Aber die haben uns einfach ein bisschen überrascht, denke ich, mit was die gemacht haben. Und einfach auf jeder Flach, Annahme, Zuspiel, Angriff, Aufschlag, in alles waren sie einfach heute ein Stück besser. Und ja, dann wird es halt schwierig.